Hey Bros, weiter geht's mit MissCreated, Yannick ist auch wieder am Start und ja, ich bin immer noch am Leben aufladen und wir werden langsam mal loszurennen und schauen, dass wir irgendwo einen Plätzchen finden für eine Base bauen. Was? Ey, du hast hier einen Rucksack nur, by the way. Hast du keinen Rucksack überhaupt? Nee, ich hab keinen Rucksack. Ja, du warst die ganze Zeit neben dem Rucksack. Mach die Augen auf. Leute, den hab ich mega nicht gesehen. Hier musst du echt über jede Ecke gucken. Hier findest du alles. Hier kannst du dich schnell... Was ist das hier drinnen? Anix. Komm. Sparkplugs hat er da drin. Echt? Dann schnappt ihr das. So, komm Yannick. Wir gehen los. Du solltest bitte vorlaufen, das wär nett. Lauf einfach mal vor, so irgendwo in diese Richtung. Ich hab weniger Leben. Wo bist denn du jetzt? Im Wasser. Was ist denn beim Wasser? Sag doch das. So, meine Bandage ist... Ich hab nicht offensichtlich. Ja, hier lass uns hier hoch. Lass uns mal hier hoch. Der eine, ich kann nicht schwimmen. Nee. Hat er auch. Irgendjemand hat wieder Hey geschrieben. Ich werd da ein bisschen... Ich werd da ein bisschen... Keine Ahnung. Ich werd da immer so ein bisschen... Ängstlich. Oder Neuer krieg ich da, wenn irgendwelche Leute hier unten bleiben in der Nähe. In der Area sind. Keiner. Weiß halt echt nicht, wo wir hin sollen. Gatt davon dachten wir, wir sind safe, da ist niemand und was passiert? Kommt der mit der Schrotze? Gut, das war ein Scheiß-Spot. Das hab ich gewusst, Alter. Komm mal mit der Feuer hier. Komm hier drüber. Du bleibst auch nicht bei mir, ne? Ich hab geguckt. Lass uns mal da durch den Wald... Wir müssen echt nur einen Platz finden, wo wir gerade irgendwie so ein Schild aufpacken können. Dass das uns gehört. Und dass wir dann eine Base bauen. Hier an der Straße bist du... Fuß bauen. Guck mal, die ganze Weihnachtsbäume kaufen. Ich will den. Hey, ich will den mit. Ich nehm den hier. Das ist scheiße. Ne, der ist schöner als deiner. Ne, der ist hässlich. Könnt ihr mir? Geschütte. So, was sagst du zu hier? Alter, nein, das ist viel zu nah an der Straße. Ja, und? Warum schreist du zwitschendurch immer so? Du bist wohl laut. Ja, tut mir leid. Das ist... Ach, ich hörtschirn. Ach, ich hörtschirn. Du bist zu laut, Mann. Du bist zu laut. Mach die leiser. Ja, ja, ich hab dich auch gerade angeschrien. Ja, dann hör auf zu schreien. Weil deine kernbehinderte Art mich gerade aufgeregt hat. Halt die Fresse. Du bist kernbehindert. Das stimmt. Ja. Im Prozessor bin ich behindert. Ich will halt einfach nur unbedingt, dass wir irgendwo einen Platz haben, wo wir Sachen hier tun können. Bevor wir hier rumlaufen, nach dem Platz suchen und sterben. Fall nicht runter hier, ja? Was, fall runter hier? Weißt du was? Wir gehen jetzt hier drüber, über das Wasser, hinten in den Wald und da machen wir es. Musi. Dann nehm ich dich von hinten. Komm. Nee. Und die gleiche Taktik wieder vor. Du wirst wieder Holz fällen. Ich rette dir dann wieder den Arsch. Kannst du mich bandagieren bitte kurz? Mit dich schneller heilen. Das wär nett. Aber schieß mich nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie das Menü funktioniert. Ich drück auf jeden Fall nicht die linke Maustaste, wenn du mit Waffe auf mich... Musst dich aber drüben. Passt. Okay. Gut. Vielen Dank. So, lass mich runter. Alter, das... Alter, hat das viel Leben genommen. Alter... Ich hab 20 Leben verloren. Alter, anstatt dass du einfach da runterläufst. Nee, aber spring. Ja, das ist ja. Ah, egal. So ein Survival... Ach, China, du bist ein Loop. Halt die Freiste. Das wird's aber echt doof. Egal. Leben geht schon hoch. Wird schon nix passieren. Also ich denke mal, hier sollte uns keiner so schnell finden. Hoffe ich mal. So, weißt du, was am besten ist? Hm. So. Ähm, ja, hier, guck mal. Also wenn das nicht viel Wald ist, weiß ich auch nicht, oder? Wenn das nicht viel Wald ist, weiß ich auch nicht. So. Ähm, hier machen wir's. Hier so in diese Gegend. Also kannst du wieder Holz hacken gehen. Ich werd mich hier so ein bisschen ins Gebüsch. Aber bleib in der Nähe. Geh nicht weit weg in der Nähe. Am besten da, hier bei diesem Holz. Siehst du da? Den Baum hier. Am besten hier so. Und ich verschanz mich irgendwo so im Gebüsch. Ja, komm. Es ist halt auch fucking laut, wenn man das macht. Darum ist er wahrscheinlich auch zu uns gekommen, weißt du? Ja, es ist echt sehr laut. Warte, ich guck mal, wie weit man das hört. Na, hört man schon. Hört schon gut. Aber ich seh dich zum Beispiel überhaupt nicht. Echt jetzt? Ja, ich hab keine Ahnung, wo du bist. Versuch die mal zu finden. Ja, jetzt. Alter. Das mit Mühe. Da haltet du Fortsch. Da schreck mich doch nicht so. Mit Mühe hab ich dich gefunden und gesehen. Also, guter Ort hier. Sehr guter Ort hier. Ah, hier gefällt's mir. Hier lassen wir uns nieder. Mein Söhn. Ach, nee, komm herauf. Können wir nicht wie Wassermenschen im Wasser leben? Nee. Jetzt fängt das an zu regnen. Was? Jetzt fängt es an zu regnen. Nee, ich arbeite nicht im Regen. Ach. Da weigere ich mich. Machst du Überstunden im Regen. Hast du so viel Platz oder wie für so viel Holz? Ja. Nice. Warte mal, bin ich jetzt komplett behindert? Hast du die Nägel? Hast du im Inventar Nägel? Nee. Farsch mich nicht. Daniel, meine Fresse, wie ist das? Hatt ich Nägel? Nee, hab ich nicht. Wo sind meine Nägel? Wir machen das umsonst. Wo sind meine Nägel? Warte mal. Warte, 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 kurz, warte, kurz. Wo bitte im Inventar? Daniel, ich habe keine Nägel. Da, wo wir den Eindruck getötet haben. Da war doch eine Longsleeve-Dings. Die Jacke, die hast du an. Ja. Da waren die Nägel drin. Daniel, wenn ich dir sage, nein, dann waren da keine Nägel drin. Ja, super. Ich habe keine Nägel weggebracht. Wir müssen Nägel finden. Ach, das gibt es nicht. Ich hatte die doch. Ich hatte doch Nägel. Du machst es ihr umsonst. Lass es. Ich hoffe, das Holz sitze ich weg. Ja, kannst du mitnehmen. Aber wir müssen Nägel finden. Komm. Mal wieder. Zum 50. Mal. Das gibt es nicht. Wenn du die verlierst. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich die verlieren konnte. Jetzt vor lauter Action und Panik. Wahrscheinlich hast du die dem einen Kopf geworfen. Scheiße. Ja, super. Das heckt mich jetzt auf. Ich habe gedacht, ich habe die ganze Zeit Nägel. Jetzt gucke ich und auf einmal sind die weg. Wo habe ich dir denn hingetan? Ich hatte sogar zwei Nägel. Ich hatte zweimal Nägel. Lass das lieber. Das hört man sehr weit. Ja, toll. Ja, dann können wir jetzt in die Stadt. Von da hoch, gehen in die Stadt und suchen nach Nägel. Bewaffnet sind wir ja. Ja, also zwei Noobs mit Waffen. Hast du noch eine Bandage? Oder warte, ich habe hier noch eine. Ich bandageiere mich mal. Ja. Passt. Und nimm die Stolzflinte raus. Pistole, die gecraftet hat, die macht einen scheiß Damage. Da kannst du 10 mal reinschießen. Ich glaube nicht. Dann lass uns mal hier einfach entlang gucken, dass wir in die Stadt kommen. Nägel und... Das gibt es doch nicht. Weißt du, davor habe ich die Nägel, habe die Axt nicht gehabt. Jetzt haben wir die Axt, jetzt habe ich die Nägel nicht, weil ich zu blöd war, die zu behalten. Okay, da geht es nach Sultan und Pinecrest. Wohin geht es hier? Ja, lass uns da hinlaufen einfach. Mann, 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 Mann. Aber mit ein bisschen Glück finden, würde ich schnell. Ich hoffe, ja. Ich will eine fucking Base. Ich auch. Aber mit Dildos. Da vorne ist einer. Wo? Das bist du. Ach du voll schwarz. Ich habe dich fast getötet. Alter. Ja, wenn du vor mir rennst, ich dachte, du bist hinter mir. Ja, nee. Du musst halt schneller sein. Hat sie schon fast gekillt. So, uh, da ganz am Ende der Straße ist irgendwas. Da gehen wir jetzt hin. Bist du in der Nähe von mir? Nee. Was für ein Schild? Wo geht das da hin? Was steht da? Was steht da? Lesen. Food Path. Food Path. The server restarted in 5 Minuten. Okay. Wird er dann off, oder? Oder what? Dann restarted, ja. Da macht er nix. Dann lass es da vorne schön hin und dann Nägel finden. Weil auf einem anderen Server hatte ich alles. Da hatte ich Nägel, da hatte ich eine Axt und auf dem Server konnte man aber nicht Base bauen. Wo ich mich geärgert. Wow. Was braucht man da? Die Nägel? Du musst, damit du überhaupt hier craften kannst, eine Base, musst du dir erstmal mit Nägel und Holz so ein Schild machen. Dass das Land so quasi dir gehört. Und dann kannst du innerhalb von 200 Metern, nee, innerhalb von 30 Metern von diesem Schild, kannst du dann deine Base bauen. Okay. Geht's nicht. Hier ist Woodhaven. Komm, also wenn wir hier nicht Nägel finden, weiß ich auch nicht. Lass uns in die Tanke. Meistens gibt's die bei der Tanke oder so. Lass uns in die Tanke gleich direkt. Bist du bei mir? Ja, hinter dir. Ja, geh du vor. Danke. Komm. Ich geb die Deckung. Und wenn der Wer ist und dich als Erster sieht, du hast bessere Chance, uns überleben. Go, go, go. Ich werde dann Deckung geben, du lootest. So Ditter werden wir es natürlich noch viel einfacher, so können zwei decken, einer kann looten. Ja. Obwohl Dominik würde da sicher nicht mitmachen. Ach, nö, passiert nix. Ach, nö. Ach, nö, kommt doch keiner. Ach, nö. Komm mitten auf dem Feld, tauschen für unsere Sachen. Ach, ja, mei, sind gestorben, umsonst zwei Stunden. Ja, mei. Ach, nö. Ja, so ist er, Dominik. Ich mag sowas. Den muss man auch erzielen, Dominik. Der ist noch schlimmer als wie ich. Ja, du hörst wenigstens ab und zu. Ab und zu. So, ich bin auch mit dir hier drin, weil zu zweit geht's doch schneller. M-R-I, was ist das? Keine. Brauchen auch so ein bisschen Essen und so Zeug, ne. Auch zwischendurch immer schön gucken, dass da keiner reinkommt. Bin ganz hinten rechts, ja. M-R-I, was ist das? Ja. 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 G-W-E. B-M-M-R-I. Hier werden wir sicher machen. Ich habe das gleiche Visiert, ist einfach cool. Ja, ist einfach gut. Snap-Pease? Wяг 5 Commons. Wo ist Fredericia? Wo es zum leisten? Hier. Mh, wir brauchen so Dingen in den Nails. Oh, hier ist nichts. und lass uns vorne raus also tanke bist du komm jetzt raus komm dass uns raus hier lass uns mal da gucken lass uns mal hier links noch schauen nicht da direkt dahin links wenn es selber startet ihr gleich mal neu aber vielleicht noch was finden vielleicht ist hier was rein da komm hier ist viel ich bleib drin ja also wenn jemand draußen siehst kannst du schießen die beide sind ja eben schon tomatenschuhe so ich hab keinen platz mehr holz weg und dann ich komme jetzt in die große halle gesundheit gleich was kanteen sind diese zelte da drin ich war da schon drin weißt du schon man kann immer schön doppelt übergucken so aussieht dies hier nichts wo bist du auf dem klo lass uns wieder raus der server ist gerade am restarten aber irgendwie tut sich nix wo bist du janik janiel der server restartet ich bin doch drin ne gleich nicht mehr jetzt ja gut leute solange der server restartet machen wir halt ein kleines percy wie lange dauert denn das oder kann man dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder und dann finden wir vielleicht hoffentlich die fucking nix haut rein ciao tschüss